Musik Hey Leute, ich bin Sam von der Meshly Spiders und herzlich willkommen zum zweiten Pack of the Day. Heute haben wir ein Packchen der Champions League Sticker 2014-2015. Fünf Sticker sind da drin. Ja. Und das ist jetzt eine ganz neue Serie. Die ganzen April lang leide ich jeden Tag ein Video hoch, wo ich ein Päckchen öffne. Und das ist das zweite Video. Also schaut euch auf jeden Fall das erste Video an. Da habe ich englische Matches geöffnet. Und in weiteren Tagen wird dann auch englische Matchetext wiederkommen. Dann deutsche Matchetext extra. Zum Beispiel Sticker und auch Bundesliga Chrome. Und dann öffne ich auch vielleicht das Päckchen. Dann fangen wir an hier. Von FC Chelsea haben wir Didier Drogba. Dann als nächstes von Manchester City, James Milner. Dann haben wir Klub-Logo von NK Maribor. Dann als nächstes von Atletico Madrid, Thiago, dem Champions League Finalisten und amtierenden Spanisch Meister. Und dann kommen wir zum aktuellen Champions-League-Sieger Marcelo von Real Madrid. Und ja, das waren die fünf Sticker in diesem Päckchen hier. Und dann sehen wir uns auch bald schon wieder. Wenn ihr die Idee mit dem Pack of the Day mögt und ihr wollt, dass wir die vielleicht sogar nach April noch weiter behalten, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt das alles in die Kommentare. Und ja, dann war es das schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen. Bye.